Wissenschaftsspiel EMC-Quadrat, ihr wisst schon, Portal, willkommen zurück. Ja. Sie haben es noch nicht geschafft. Natürlich. Das ist die falsche Richtung. Hallo, ist da jemand? A Cake is a Lie. Ich würde es einfach mal machen. Hui. Hui. Ich will noch mal ein bisschen Überblick verschaffen. Nee, nee, ich will nicht verbrennen. Oh, hoch. Äh, äh, äh. Runter, runter. Perfekt. Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Das war so. Das ist so easy. Also. Ah. Uah. Okay, der Kuchen ist abgeschnitten. Ich habe gesagt, Sie sollen warten, aber Sie wollten nicht. Es ist aber noch da, der Weg verschieben ist. Genau. Ähm. Ich kann hier kein Portal setzen. Auf dem Boden auch nicht. Nein. Ich komme nicht mehr raus. So. Ich muss da hoch. Ja, ich muss da hoch. Aber wie? Halt hab. Habe ich? Nein, hab ich nicht. Nein, das ist glaube ich ein Schiss. Jetzt. Also, ich komme hier nicht durch. Doch, ich komme hier durch. Natürlich. Ich komme hier durch. Äh, hallo? Kannst du mich hier durch? So. Ich bin jetzt hier drauf. Und rüber. So. Schnell springen wir vor, dass wir jetzt zurückführen. Safe. Okay, da können wir stehen. Ich brauche noch irgendwas, wo ich ein Portal hinsetzen kann. Wäre gut. Äh. Achso. Oh. Achso, solche Sachen töten uns instant. 4,4,4,4. Das ist ein Spiel, ja. So. So. Häääh. So. Geht doch. Easy, gut. Lade Daten. Hier ist mein Spiel das letzte Mal abgestürzt. Oh, wow! Liegt wahrscheinlich daran, dass ich es für YouTube mache. Der darf nichts abstürzen. Ähm. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Ich glaube nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Ach ja. Genau. Keine Ahnung wie. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe das letzte Mal ultra Probleme gehabt. Ich habe keine Ahnung, was von mir hier verlangt wird. Ich habe keine Ahnung, was von mir hier verlangt wird. Ich habe keine Ahnung, wie einer von euch gibt im Kommentar dazu. Ne. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich es ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. auf achten sollen, auf so einer Schäule darauf zu landen. Ja, das war toll! Was auch immer jetzt passiert, ich komm, nein! Oh, nicht da durchfallen! So, safe! Da hin und das andere da und dann... Ich hab keine Ahnung, wie ich hier stehen muss. Ja, toll! Ich werde jetzt sterben. Das ist aber auch gemein gemacht, echt, da muss man... Ich bin wieder ganz ruhig. Klar, dass du nervst! Also, wir müssen uns nicht mehr schieben. Nein! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung. Aber du darfst vielleicht... Wenn ich hier das hinmache, dann... Tricky Jump hier runter und dann Boots. Ich dachte gerade, die Spiele sind abgestürzt. Gibt's hier ein Safe Point? I have Portals. Ich glaub doch, doch... Ja, ja! Oh, okay! Ich bin nicht böse. Gehen Sie mein Fahrgänger zum Testbereich. Bitte fahrt euch nicht ganz an. Ähm... Where do I have to go? Es sieht zumindest mal nicht falsch aus. Er sagt, ich muss hier runter. I trust you. Okay, hier komm ich schon mal nicht runter. Dann hier! Danger! Ja, ja! Danger! Was soll so, diese... Sie hätten vorhin links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man damit übernachtet. Irgendwann können wir darüber lachen. Und lachen. Und lachen. Ich bin wieder zurückgegangen. Wenn man vergisst, das andere Portei wieder zurück zuhören und somit komplette Stages überspringt. Ey, ich hasse alles. Sie tun mir wirklich leid, denn Sie sind nicht mal an der richtigen Stelle. Sie hätten vorhin nun links gehen sollen. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen. Und lachen. Und lachen. Genau, lachen. Oh Gott. Oh, das kenne ich. Das ist... Bock schwer. Oh, ich hätte es schaffen können. Ja, weil da kommen jetzt überall Turrets raus. Am der ersten. Fahre runter. Geh, geh mal weg. Ah, ok, nein geht. So, so, so. Sie sind kein guter Mensch. Das wissen Sie oder? Geh doch weg! Gute Menschen landen nicht hier. Hören Sie mich? Ach, das ist der kaputte. Boah, ich hab mich grad voll erschrocken. Ich dachte schon, ich sei ins Tor. Ok. Das kann richtig sein. Das Problem ist, das kann aber auch nicht richtig sein. Eins von beidem wird es sein. Das war jetzt zum Beispiel hochgradiger Betrug. Und wie komm ich jetzt noch über als normal? Achso. Ja, ich hab's. Das ist ne Tür. Dann nehm ich den Weg durch den Lüftungsschacht. Da steht er noch. Was soll das? Das war das da. Ah nein, ok. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Da muss eins drauf. Ne halt. Ach, das war das, wo ich drauf stehen konnte. Nein, da kann man drauf stehen. Genau, hier. Da könnte man irgendwas machen. Ach ja, genau. Und vor allem Karacho hier durchhüpfen. Zack. Geschafft. Ganz simples Spiel. Das ist Ihre Schuld. Es musste nicht so kommen. Das ist jetzt kein Scherz. Zurück oder ich töte Sie. Ich töte Sie und der ganze Kuchen ist weg. Das ist Ihnen ganz gleich. Stimmt's? Das ist die letzte Chance. Ich nehm meine Antwort Z. Hier gibt's gratis Pizza. Hey Herbert, hier. Ach, ich brauche noch so einen blöden Stuhl. Einmal umkreisen. Und dann voll Karacho zurück hier. Ok, gut. Safe. Wir müssen einfach nur diesen Stuhl hier nehmen. Und hier hin platzieren, dann können wir auf dem Spiel draufstehen. Wenn ich ihn richtig platziere. Bitte. Bitte. Ah, und hier ist das letzte Mal auch mein Spiel abgestürzt. Ach, ich liebe es. Anders da. Genau. Letzten. Und hier ist das Spiel auch das letzte Mal gecrashed. Also hoffen wir, dass es diesmal nicht ist. Wir hoffen. Und hier ist das Spiel auch das letzte Mal gecrashed. Wuh. Hehe. Ok. Zehn Millionen Turrets. Oh nein, da sind ähm, die Portale. Stopp. Pausieren. Halt. So. Ok. Wie das an der Stelle weitergeht mit diesen Milliarden Turrets, wie wir die besiegen wollen, sehen wir im nächsten Mal. Also schaltet wieder ein. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Und... E gleich im C². E gleich im C².